Hier ist Radio SGU. Hey Leute und willkommen zur neuen Sendung von Radio SGU. Heute ist die 24. Sendung. Heute für euch im Studio, Janis und Jan. Bevor wir loslegen mit unserer Sendung, möchten wir uns natürlich auch kurz vorstellen. Ich bin Janis, gehe in die dritten Klasse. Meine Hobbys sind Fußball und Basketball. Und ich bin Jan, ich bin acht Jahre alt und arbeite gerne draußen mit meinem Opa. Und nun die Nachricht der Woche. Warum ist das Wetter im Moment so komisch, stürmisch, regnerisch und dann scheint plötzlich wieder die Sonne? In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir die Uhren umgestellt. Eine Stunde nach vorne, von der Winter auf die Sommerzeit. Nur sonderlich sommerlich ist das Wetter im Moment ja mal gerade überhaupt nicht. Im Gegenteil. Gerade gestern war es ja so ziemlich mies. Stürmisch, regnerisch, tja, einfach eklig. Auch in Ostbelgien haben umgestürzte Bäume und herumfliegende Äste auch zu Behinderungen im Verkehr geführt. Kennt ihr den Spruch, der April macht, was er will? Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach kennt ihn gut, diesen Spruch. Der Kindersender Kiraka hat mit dem Wetterexperten gesprochen. Zunächst wollten wir einmal wissen, warum das Wetter bei uns im April und auch schon Ende März häufig so wechselhaft ist. Ja, das liegt am Frühjahr an den Temperaturgegensätzen zwischen den polaren Gebieten, also Nordpol, Arktis und dem Tropen. Deutschland liegt ja dazwischen in Mitteleuropa. Und jetzt ist es so, da ist noch Winter, da ist es noch richtig knackig kalt am Nordpol. Und am Äquator in Afrika, da ist es schon heiß. Und diese Unterschiede, die bedeuten, dass sich immer wieder Sturmtiefs bilden können. Die ziehen dann auch mal über Deutschland und dann kann mal Kaltluft von Norden reinströmen. Dann haben wir das typische Aprilwetter. Es kann aber auch mal vorübergehen, die Luft aus Afrika zu uns kommen. Da haben wir schon mal 25 Grad. Also das ist der Grund, warum es jetzt so wechselhaft ist. Müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen, dass das Wetter in den zwei Wochen Osterferien so stürmisch bleibt? Also zunächst mal müssen wir uns schon darauf einstellen, denn die Prognosen zeigen, dass es bis über die Ostertage hinaus eher in diesem Wettercharakter weitergeht. Unbeständig, sogar an Ostern kälter. Da kann es in den Mittelgebirgen und den Alpen richtig nochmal Schnee geben. Manche wollen ja noch Skifahren. Und ob es dann nach Ostern besser wird, also da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist noch sehr unsicher. Das war Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Vielen Dank. Jetzt kommt der Spruch der Woche von Olivier. Hallo liebe Kinder. Hier ist Olivier. Ich hoffe, es geht euch gut. Und hier ist der Spruch der Woche. Jeder hat einmal klein angefangen. Ich zum Beispiel als Baby. Schönen Tag. Na, tschüss. Vielen Dank, Olivier. Die Kinder von 1. Schuljahr haben mit Madame Marianne etwas über Rotkäppchen gelernt. Zuerst erzählen wir uns Farah, Louis, Sobe und Jelka eine Geschichte. Die Kinder von 1. Schuljahr haben mit einem kleinen Schönen Tag. Die Kinder von 1. Schuljahr haben mit einem Schönen Tag. Die Kinder von 1. Schuljahr haben mit einem Schönen Tag. Der Spruch der Fräse ist ein bisschen schwarzen. Der Schokolade und der Schokolade, in der Flüge, sie verwendet ein Lyon. Sie ist eine kleine Frau, die sich der Schaperon-Bleue z'appeliert. Il va chez sa grand-père. Avec un panier. Dans le panier, il y a la fraise, du lait et du chocolat. Dans la forêt, il y a Monsieur le Cheval. Tout une fois, une petite fille, il y a... Qui s'appelait? Il s'appelait Chapeau-Rose. Un beau matin, il va chez sa grand-oncle. Dans le sac, il y a la fraise, du chocolat et du lait. Dans la forêt, il rencontre Monsieur le Mouton. Une petite fille, une petite fille, sa peau rouge, un beau matin, qui s'appelait avec un panier. Il y a la petite fille, la petite fille, la petite fille, levé chez grand-mère. Elle est malade. Ma aussi, le bé, le ma grand-mère. Si, le ma grand-mère. Jetzt gibt es die Auflösung unserer letzten Gewinnspiele. Unsere Frage war leider nicht ganz eindeutig. Wir wollten von euch wissen, in welchem Land wird die nächste Fußball-WM stattfinden. Bei den vorgeschlagenen Antworten war Russland nicht mit dabei, sondern nur Katar. Den Saal lassen wir die Antwort unter Russland und Katar gewinnen. Hatten gewonnen hat, dir aus der vierten Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Achtung, Achtung! Wir unterbrechen die Radio-SGU-Sendung für eine wichtige Durchsage. Wie wir soeben aus dem Unterrichtsministerium erfahren haben, werden die Lehrer angewiesen, ihren Schülern bis Ende des Schuljahres keine Hausaufgaben mehr mitzugeben. Außerdem wurde entschieden, dass morgen schulfrei ist. Ende der Durchsage. Und hier unsere neue Frage. Wie heißt das Sprichwort richtig? Antwort A. Der April, der macht, was er will. Antwort B. Der April, der fährt uns in Urlaub. Jetzt haben wir zum Abschluss noch Musik für euch. Ihr hört jetzt die Abschluss mit, wir holen die Meisterschaft. Macht's gut und wir wünschen euch jetzt schon schöne Osterferien. Tschüss, sagen Janis und Jean. Applaus Hey, das geht ab. Wir holen die Meisterschaft. Die Meisterschaft. Hey, das geht ab. Wir holen die Meisterschaft. Die Meisterschaft. Ich hab dieses Gefühl, das ist ja heut' ein Riesenspiel. Das ist die Party des Jahrtausends und wir feiern sie nie. Heut' sind alle dabei, es haben sich hier alle getroffen. Um die Mannschaft anzufeuern, jetzt werden Tore geschossen. Heut' die Hände in die Luft, wir singen Hey, das geht ab. Und wir spucken in die Hände. Wir holen die Meisterschaft. Wir holen die Meisterschaft. Atzen, jetzt geht es los. Mit super guter Laune ist die Freude riesengroß. Das ist Atzenmusik. Wir haben noch lange nicht genug. Und wir singen die Melodie. Schweiß' die Hände in die Luft. Hey. Hey. Das geht ab. Wir holen die Meisterschaft. Die Meisterschaft. Das geht ab. Wir holen die Meisterschaft. Die Meisterschaft. Hey. Das geht ab. Wir holen die Meisterschaft. Die Meisterschaft. Hey. Das geht ab. Wir holen die Meisterschaft. Die Meisterschaft. Heute singen wir nicht alleine, heute wird nur noch gefeiert, alle Fans sind mit dabei, das ist das absolute Highlight. Die Bälle fliegen durch die Lüfte, Superschüsse, viele Tore, alle sind dabei und haben gute Laune. Der Mob ist mit dabei, wir toben mit in der Menge, wir rasten richtig aus, wir schlagen voll über die Stränge. Heute geht es richtig ab, wir haben die allerbeste Mannschaft, viele Gegner wollen uns schlagen, doch die werden es schwer haben. Die Flagge in die Luft, wir singen alle unsere Hymne, wir sind stolz auf unser Team und feiern ohne Ende. Hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft. Hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft. Hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft. Hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft, die Meisterschaft. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es schon, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.